Uh oh! Das muss man mal beobachten. Die uva sieht so... so aus, als ob der irgendwie umLike drin aber wahrscheinlich ein aimbot ups Okay, er hat nicht geschossen. Okay, das ist mir jetzt definitiv hat er wohl ein bisschen länger gebraucht, aber ich war doch schon Klar, Wallshot Immer doch Immer doch So viel dazu Wie kann das denn sein, dass die So, ich wollte noch eigentlich Wie kann das sein, dass die so übermächtig sind Okay, ich versuch's jetzt mal Das gibt's einfach nicht Was ist das für eine Scheiße Jetzt bin ich auch noch blind Die ich gar nicht gesehen habe Alter, geil Was war das? So, der hat's verdient Ich weiß noch mal, vielleicht Grad mal Was zum Ich dachte, der Schuss kämpft von vorne Aber gesehen hat der mich auch nicht Alles Alles Ja, ihr habt euch in die Ecke drängen lassen Und jetzt kriegen wir das nicht mehr raus Jetzt kommen wir nicht mehr aus der Ecke raus Was ist das denn hier für Leute? Da spielen die schlecht Und fangen direkt an sich zu beleidigen Weil sie alle nichts drauf haben Was soll man denn da machen Wenn die dann mit drei Leuten vor einem stehen? Können wir doch nichts anderes machen Aber sterben Das ist echt VIP-Spiele Nein, zu weit Die sind an der fünften Runde dran Blasting Ach, das sind ja so viele Clan-Leute dabei Als ob die heute Trainingstag hätten GDM Dann lass mich raten Das sind Das sind nicht dieselben, aber Wird Ähnlich heftig abgehen Aber diesmal hoffentlich in der Mitte vom Spielfeld Sonst wäre das echt Hm Leichtig fies Ach ja, endlich wieder mal Geron spielen Und Ab dafür Gas Ausgeglichen Glück gehabt Ja, ja, ja Es gibt nicht einen Schuss abgefeuert Wirklich Ich hab Ernsthaft Ich hab Ich glaub Ich hab wirklich keinen Schuss abgefeuert Weil ich die Hälfte der Zeit Granaten geworfen hab Und die andere Hälfte der Zeit War ich blind Nightkill Wow Die Granaten hab ich übersehen Wow, da ist doch grad einer von uns da Wow, der muss sich da irgendwie zwischendurch gemogelt haben Das ist echt gemein Da ist ne Flash So Wieso hab ich den ja jetzt nicht befeuert Wieso hab ich den ja jetzt nicht befeuert Mal gleich Da was auf die Nuss Und kann noch nicht mal was dafür Jetzt reicht mir Jetzt versuch ich da mal Aufzuräumen Da oben scheint keiner zu sein Da ist auch keiner Schön, das war meiner Das war auch meiner So Wow Wow Naja, den Wurf kann ich auch Ich kann wieder alles werden können Kann ich ja mal versuchen Ah, verdammt Okay 3-0-5 Wer ist denn Hunter So Dann würde ich doch mal sagen Wenn der noch da ist Hunter Oder wie der heißt Wenn der sich so oft beschwert Dann kann man sich auch mal beschweren Er muss es ja nicht mitkriegen Wo steht er da? Hunter Hunter So Gut Dann Nee, Moment Inventory Da wollte ich vielleicht nochmal Hier gerade Umstellen Moment Wo ist er denn da? Hallo? Jetzt hängt's Ja Gut Jetzt setze ich mich mit meinem Countdown noch da rein Und dann Kann's auch schon losgehen Uff 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 Ach man Wann mach ich denn heute Wann mach ich denn heute Schluss? Ist ja ne gute Frage eigentlich Ähm Hm Muss gar nicht so weit zu einem am Anfang Okay Anscheinend habe ich jetzt Gerade nichts vom Feuer abgekommen Das ist ganz gut Hm War natürlich jetzt klar Dass der Ah, da oben ist der Dieses G36 Zielelement Ist einfach Theoretisch Viel zu breit Weltkampf Woah Ich hatte doch gar nichts Ich hatte doch Vorher gar nichts abbekommen Nee Flash So Darf eben nicht Wirklich zielen Es sei denn Man hat wirklich ein Ziel Verdammt Vielleicht sollte ich mit der Macher Gehen Kann ich mich jetzt zielen Und schießen War ja klar Nein Ich wollte nachladen Ich mit meinen Fingern Will das mal Wow Das war knapp Nachgeladen hatte ich auch noch nicht Oh Und es gibt noch ein Assist für mich Das hätte ich jetzt nicht erwartet Definitiv nicht Ah Schein Scheiße Musste ja so kommen Musste ja so kommen Habe ich noch gesehen Aber tun konnte ich jetzt nichts Diese Nervenregen Diese Nervenregen Snipen dann immer Wie willst du den denn orten Wenn du blind bist Wahrscheinlich auf den Boden Schießt Und Das habe ich denn noch schon Zwei Angeschossen Ich hätte jetzt gerne mal Dem sein Leben noch gesehen Gut dann bleibt Das war jetzt durchaus Glück Dieser James Scheiße Nein Nein Was war das denn jetzt schon wieder? Ich wollte auch sagen, ich habe schon einen gesehen gehabt. Oh, Arschlöcher. Das ist doch das andere Letzte. Weißt du, dann kriegen die dich noch. Wer hat ein Aim-Bot?